Hahaha! Herzlich willkommen meine lieben Hebel und endlich Zuschauer! Fliegende Hitze! Doch so schön wie die Gruppe Kabarett des Besinkwirts, wird es ihnen nie dabei gehen! Aber die Tipps, die sie hier erhalten, werden sie nie vergessen! Das schwöre ich ihnen! Frau Ivanovna, habe Sie nicht noch etwas vergessen? Oh, danke, liebe Frau Klemt. So, meine lieben Zuschauer, falls Sie Geld im Netz verdienen wollen, kommen Sie doch einfach in meine Show Alles Porno vom 13. bis zum 16. April im Heppel-Unertlich-Theater. Früher machte man es auf Französisch, heute nennt man es Franchise. Früher gab es Zuhälterei, heute gibt es das professionelle Online-Business. 1,3 Millionen Euro werden jährlich im Internet für Erotik ausgegeben. Es ist wirklich das einzigste krisensichere Geschäft und wenn Sie ein bisschen kreativ sind wie meine Hilfe, dann können Sie bequem und einfach Ihr Geld verdienen. Wie? Das erfahren Sie natürlich in meiner Show Alles Porno. Ob Hausfrau, Geliebte, Ehefrau, Zuhälter oder Obdachlose. So, alle können Ihr Glück im Netz finden. Und Sie werden nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als alle anderen. Und das ist natürlich deshalb so schwierig, weil wir immer alle anderen für glücklicher halten, als sie es wirklich sind. Wenn Sie in Geldnot sind, stecken Sie nicht einfach den Kopf in den Sand. Sie bieten sonst eine hervorragende Angriffsfläche. Heinrich Christian Wilhelm Busch. Klassik am Sonntag. Entdecken Sie die satirische und humorvolle Welt eines der größten deutschen Dichter mit Geschichten und Texten gelesen von Gerhard Zemai. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.